Vorübergehendes Verbot von Pro-Palästina-Demos. Die Versammlungsbehörde hat bis einschließlich Mittwoch ein generelles Verbot von Versammlungen, die inhaltlich einen Bezug zur Unterstützung der Hamas oder deren Angriff auf das Staatsgebiet Israels aufweisen, ausgesprochen. Bereits in der vergangenen Woche waren angemeldete Pro-Palästina-Demos untersagt worden. Hintergrund sei laut Polizei eine erhebliche Emotionalisierung, insbesondere innerhalb der palästinensischen Gemeinschaft. Am Freitag hatte es trotz Verbots eine Versammlung am Hauptbahnhof gegeben, auf der es palästinensische Flaggen und pro-palästinensische Ausrufe gegeben haben soll. Die Teilnehmenden erhielten einen Platzverweis.